Ich hab das gar nicht verstanden, dass das niemandem auffiel. Die Nachtschicht hat ein Exitus. Rico hat alles versucht. Findest du es nicht auffällig, wie viele Reanimationen auf Rico gehen? Red kein Scheiß. Solche Unterstellungen können ganz schnell nach hinten losgehen. Willst du Rico einfach so davon kommen lassen? Wovon redest du? Du bist die Einzige, die dauernd so redet. Und was, wenn da was dran ist? Sprich doch mal aus, was dann? Was sind wir denn dann? Der spritzt unsere Patienten tot. Von mindestens 60. Er ist sehr beliebt. Da muss man schon was Konkretes in der Hand haben. Schweigen und nicht einmischen, das ist immer besser. Was ist denn hier passiert? Sprechen Sie es aus und leben Sie dann mit allen Konsequenzen. Das weiße Schweigen. Jetzt streamen bei RTL+.